Ohne sauberes, hochwertiges Trinkwasser ist kein gesundes Leben möglich. Dass wir einfach den Wasserhahn aufdrehen können und rund um die Uhr bestes Trinkwasser herauskommt, nehmen wir gerne für selbstverständlich. Um eine hohe Wasserqualität garantieren zu können, bedarf es jedoch einer ganzen Reihe von Leistungen und Tätigkeiten. Unbehandeltes, natürliches Grundwasser stellt die Grundlage in unserer Heimat für die Trinkwasserversorgung dar. Damit das auch in Zukunft so bleibt, ist der flächendeckende Schutz unseres Trinkwassers eine Grundfeste des Wasserrechts. Dazu gehört die Errichtung von Wasserschutz- und Schongebieten, sowie die laufende Überprüfung der Wasserqualität durch den Wasserversorger selbst, als auch durch regelmäßige Laboruntersuchungen. Von der Wassergewinnung über die Verteilung bis hin zur Speicherung und Abrechnung des Wassers sorgt ein erfahrenes und gut ausgebildetes Team dafür, dass nicht nur der laufende Betrieb störungsfrei über die Bühne geht, sondern die gesamte Infrastruktur fachkundig gewartet und betrieben wird. Die Wasserverbände Grazerfeld Südost und Umland Graz sind eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, deren Aufgabe die Bereitstellung von Grundwasser für tausende Haushalte südlich bzw. südöstlich von Graz ist. Vor über 40 Jahren haben sich mehrere benachbarte Gemeinden im Wasserverband zusammengeschlossen, um gemeinsam das Grundwasser zu fördern und dessen lückenlose Verteilung sicherzustellen. Das betrifft nicht nur Trinkwasser, sondern ebenso Nutz- und Löschwasser. Im Rahmen des steirischen Wasserversorgungsplans setzen wir auch eine Reihe von Maßnahmen, um die Wasserversorgung auch in Krisensituationen aufrechterhalten zu können. Daher sind wir auch mit den umliegenden Verbänden und Gemeinden entsprechend vernetzt, um gemeinsam gegen Störfälle, Verunreinigungen oder Wassermangel vorzusorgen.